In diesem Video zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du den Akku deines Motorola Moto G60S selbst austauschen kannst. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würden wir uns riesig freuen, wenn du das an dieser Stelle nachholst. Das Ganze ist kostenlos und du unterstützt damit nicht nur unsere Arbeit, sondern verpasst auch keines unserer Videos mehr. Jetzt geht's aber wirklich los mit dem Video. Viel Spaß! Das Gerät ist mittelschwer zu reparieren. Die größte Hürde bei der Reparatur ist das Lösen des stark verklebten Akkus. Beim Lösen des mit dem Backcover verklebten Fingerabdrucksensors solltest du vorsichtig vorgehen, um nichts zu beschädigen. Für den Akkutausch benötigst du ca. 30-60 Minuten. Für diese Reparatur benötigst du die folgenden Werkzeuge. Außerdem können folgende Tools hilfreich sein. Einen originalen Ersatzakku für deinen Motorola Moto G60S findest du bei uns im Store. Auf idoc.eu Wir empfehlen dir, deinen Ersatzteil auf optische Menge zu überprüfen, bevor du mit der Reparatur anfängst. So ersparst du dir eventuell Ärger bei der Reparatur. Vor der Reparatur empfehlen wir dir, alle Funktionen des Geräts zu überprüfen. Du kannst dafür gerne unsere Checkliste benutzen. Wir verlinken sie dir in der Videobeschreibung. Schalte dein Gerät aus, bevor du loslegst. Halte dafür den Standby-Schalter des Geräts gedrückt und bestätige das Symbol Ausschalten. Entferne den SIM- oder SD-Kartenhalter mit dem mitgelieferten Werkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer und lege ihn anschließend beiseite. Das Motorola wird über das verklebte und eingehakte Backcover geöffnet. Erwärme den Rand des Backcovers und den Fingerabdrucksensor mit einem Heißluftfön oder einem normalen Haartrockner. Der Sensor ist in dem Motorola-Logo integriert und von innen mit dem Backcover verklebt. Führe anschließend ein Plektrum zwischen Display und Backcover-Schale ein und führe es einmal um das komplette Gerät. Dabei sollte sich das Backcover vom Display lösen. Drücke anschließend den Fingerabdrucksensor aus dem Backcover heraus. Sollte er sich nicht lösen, solltest du ihn noch einmal vorsichtig erwärmen. Entferne nun die 7 Phillips-Schrauben mit dem passenden Schraubendreher und lege sie beiseite. Um die Schrauben nicht zu verlieren, empfehlen wir es dir, eine Magnetmatte zu verwenden. Anschließend kannst du die Abdeckung mit einem Spudger vorsichtig abhebeln und dann herausnehmen. Löse als erstes den Akkukonnektor. Danach kannst du den Fingerabdrucksensor trennen und ebenfalls beiseite legen. Löse die schwarze Folie vom Akku und klappe sie beiseite. Sollte sie sich nicht lösen, kannst du sie kurz mit Heißluft erwärmen. Nutze anschließend das Heißluftgerät, um den Akku seitlich zu erwärmen. Achte darauf, dass der Akku nicht zu heiß wird. Danach kannst du den Akku von der Seite mit dem Akku-Spudger heraushebeln. Achte hierbei darauf, die unter dem Akku verlaufenden Kabel nicht zu beschädigen. Einen originalen Ersatzakku für dein Motorola Moto G60S und die benötigten Werkzeuge für diese Reparatur findest du bei uns im Store auf idoc.eu. Solltest du es nicht bereits vorab getan haben, überprüfe jetzt den neuen Akku auf eventuelle Beschädigungen. Bereite den neuen Akku vor, indem du vorhandene Schutzfolien abziehst. Übertrage dann die schwarze Folie vom alten Akku. Setze anschließend den Akku wieder ein. Entferne gegebenenfalls vorher die Schutzfolie von der Klebefläche. Achte darauf, dass der Akku mittig sitzt und drücke ihn anschließend gleichmäßig fest. Schließe zunächst den Fingerabdrucksensor wieder an. Achte darauf, dass der Konnektor einrastet. Verbinde anschließend den Akkukonnektor. Setze die Platinenabdeckung auf das Mainboard. Achte auf die korrekte Position des Fingerabdrucksensors. Der sollte auf der Abdeckung liegen. Sitzt die Abdeckung richtig, befestige sie mit den entsprechenden Schrauben. Wir empfehlen dir vor dem endgültigen Verschließen des Geräts alle Funktionen zu überprüfen. Du kannst hierfür unsere Checkliste verwenden. Wir verlinken sie dir in der Infobox. Sollte etwas nicht richtig funktionieren, überprüfe noch einmal, ob alle Komponenten richtig angeschlossen und verschraubt sind. Funktioniert alles wie gewünscht, kannst du das Backcover wieder aufsetzen. Achte darauf, dass der Fingerabdrucksensor genau mittig in der dafür vorgesehenen Aussparung des Backcovers positioniert ist. Drücke anschließend das Backcover rundherum fest, bis es spür- und hörbar einrastet. Drücke das Backcover auch noch einmal um den Fingerabdrucksensor herum fest. Zum Abschluss musst du nur noch den SIM- und SD-Kartenhalter wieder einsetzen. Du hast es geschafft! Dein Moto G60 hat jetzt wieder voller Akupower. Hey, wenn dir diese Anleitung weitergeholfen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal! Hochwertige Werkzeuge, Ersatzteile und Zubehör findest du in unserem Store. iDoc – alles für dein Smartphone. Weitere hilfreiche Videos findest du hier.